Der Messestand der TI Group hier in München auf der Bauma hat nicht nur draußen eine Menge zu bieten, sondern auch drinnen. Geht man beispielsweise die Treppen hinauf, kommt man in die Business Lounge. Und hier bekommen die Gäste nicht nur die Möglichkeit, sich toll auszutauschen, sondern hier gibt es auch leckere Speisen und Getränke. Bei mir ist jetzt der Geschäftsführer der TIi Sales, Bernd Schwenksbier. Wie läuft denn die Bauma bisher für Sie? Die Bauma läuft fantastisch. Wir haben Besucher aus der ganzen Welt. Wir hatten sehr, sehr gute Gespräche. Wir konnten auch schon Abschlüsse tätigen. Und das freut uns natürlich. Warum ist denn die Bauma als Messe so wichtig für die TIi Group? Die Bauma ist ein Gradmesser, ein Technologiemesser. Wir haben mit unseren Ingenieuren darauf hingearbeitet, immer die Nummer 1 zu sein weltweit. Und das diskutieren wir hier auf der Bauma. Und deshalb sind wir hier. Dann verraten Sie mir noch zu guter Letzt Ihr persönliches Highlight hier auf der Bauma. Mein persönliches Highlight ist unser Messestand. So spricht der Chef. Der Besuch des Messestandes der TIi Group hier in München auf der Bauma scheint sich also voll und ganz zu lohnen. So sagen auch beispielsweise die Gäste hier im Gästebuch Danke für die gute Bewertung. Wonderful products and people. Und da kann ich mich natürlich nur anschließen. Und wenn Sie das Ganze auch einmal live erleben wollen, sind Sie natürlich herzlichst eingeladen. Wir befinden uns auf dem Freigelände. Standnummer FN 828. Und auch im Internet finden Sie uns unter bauma.tai-group.com. Ich freue mich auf Sie. Bis dann. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Vielen Dank.